Wilflingen, den 4. Januar 1983 Ich erhole mich bei Nietzsche, dessen 15-bändige Ausgabe von Colli und Montinari ich von hinten mit den nachgelassenen Fragmenten anfange, gleich auf den ersten Seiten ein Pfund. Dass man endlich die menschlichen Werte wieder hübsch in die Ecke zurücksetze, in der sie allein ein Recht haben, als Eckensteher Werte. Es sind schon viele Tierarten verschwunden, Gesetz, dass auch der Mensch verschwende, so würde nichts in der Welt fehlen. Man muss genug Philosoph sein, um auch dies nichts zu bewundern. Der Gedanke ist für die damalige Zeit, 1887, erstaunlich. Heute sind wir ihm näher gerückt. Steht der Übermensch außerhalb der Zoologie, dann könnte er aus dem Geisterreich eintreten. Das Zerebrale spielt noch eine zu starke Rolle, sowohl in der Erdichtung wie in der Figur. Vielleicht hat es nur als Trapez gedient. Das betrifft nicht Nietzsche allein. Das ist es nicht ein парtolder, das ist die Lade der Hecht. Untertitelung des ZDF, 2020